Aber sind Sie doch froh, dass Sie niemals mit irgendetwas zufrieden sein werden. Denn nur so werden Sie die Frage stellen, was das gewesen sein würde, ein Leben, Ihr Leben. Und nur so werden Sie begreifen, dass es darauf keine Antwort geben wird, was das ist, ein Leben, Ihr Leben, die Existenz. Und nur so werden Sie schließlich auf den Trichter kommen, warum darauf keine Antwort gegeben werden können soll, absichtlicherweise. Und dann werden Sie begreifen, wie die Funktion beschaffen ist, dieses auftauchenden Existierenden, das ja wirklich, wirklich da ist und wirksam ist. Aber nur, weil es dann in seiner Wirksamkeit nur wirksam und bewegt und sich verändern sein kann, wenn er sich wieder weg macht und der Gesamtvorgang nicht durchschaut werden darf durch Sie, um sich nicht selbst zu hemmen und zu blockieren in seiner Handlungsmöglichkeit. Terrell, Jonathan und Darkness warten auf Frühstück.